Herzlich Willkommen zur Aufgabe B6 des Känguru-Wettbewerbs 2020. Als die Fledermaus Elise am Abend ihre Höhle verließ, zeigte die Digitaluhr in ihrer Höhle 20.20 Uhr. Als sie in derselben Nacht zurückkam und sich zum Ausruhen kopfüber gehängt hatte, sah sie auf der Uhr wiederum 20.20 Uhr. Wie lange war Elise draußen? So meine Lieben, und nun seid ihr an der Reihe. Wir wünschen euch viel Spaß beim Denken, Knobeln und Tüfteln und bis gleich. Als die Fledermaus Elise die Höhle verlässt, zeigt die Digitaluhr in ihrer Höhle 20.20 Uhr an. Als sie dann wiederkommt und sich kopfüber gehängt hat, sieht sie auf der Digitaluhr schon wieder 20.20 Uhr. Was bedeutet das eigentlich? Sie sieht kopfüber die Zeit 20.20 Uhr. Sie sieht damit natürlich alles verkehrt herum. Und wie kriegen wir es richtig herum? Wir müssen die Uhrzeit, die sie kopfüber sieht, um 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das heißt, als sie wieder in die Höhle zurückkam, musste es 2.02 Uhr gewesen sein. Und wie lange war sie nun draußen? Bis 24 Uhr fehlen noch 3 Stunden und 40 Minuten. Dann kommen noch 2 Stunden dazu, also 5 Stunden 40 Minuten. Und noch 2 weitere Minuten. Also 5 Stunden und 42 Minuten war sie draußen gewesen. Und damit ist die Antwortmöglichkeit A die richtige. Wir wünschen euch viel Spaß beim Denken, Knobeln und Tüfteln und bis zum nächsten Mal.